Sie müssen jetzt besonders gut aufpassen, denn die Gewinnfrage für unser heutiges Max-Gewinnspiel ist in der nächsten Paarung verpackt. Die Paarung heißt Casino Graz-GAK gegen Austria Lustenau. Das ist das Duell der beiden deutschen Trainer in der österreichischen Liga, also Augenthaler gegen Stöhr. Lustenau natürlich mit enorm viel Selbstvertrauen ausgestattet nach diesem sensationellen Sieg zum Auftakt gegen den Meister. Und Unruhe beim GAK, denn Zeljko Vukovic, der zwei Jahre die Kapitänsschleife beim GAK getragen hat, hat diese vor dem Spiel zurückgelegt, weil man angeblich ihm die Schuld gegeben hat für die Niederlage in der ersten Runde. Dieter Ramusch, also erstmals Kapitän beim GAK und darum sich die Spieler in ihrer Wahl wohl für einen entschieden, der zuletzt immer gut in Form war und nicht sofort wieder zum Sündenbock gemacht wird. Der GAK wieder mit zwei Spitzen, mit Strafen und Sabica und Anicic, wie zuletzt gegen Sturm, soll von links für Offensivdruck sorgen. Erste gute Szene, der Hütter Unger wird hier von einem eigenen Spieler umgerannt, kann aber nach kurzer Labung wieder weiterspielen. Die Lustenauer mit Mann-Deckung gegen die Stürmer der Grazer. Hier wird Sabica von Lukac verfolgt und unmittelbar vor Schiedsrichter Finzinger von hinten gefault. Das konnte Herr Finzinger gar nicht übersehen, gibt natürlich sofort Gelb für Josef Lukac für diesen Tritt nach Sabica's linkem Schussbein. Die Lustenauer natürlich mit viel Selbstvertrauen nach dem Sieg in der ersten Runde, spielen auch sofort mit. Erste Möglichkeit und erstes Tor in der 14. Spielminute erzielt Joachim Moizzi das 1 zu 0 für Austria-Lustenau aus dem ersten Angriff über die linke Seite. Flanke von Kosturkow. Torhüter Alma kommt etwas spät heraus und Moizzi schiebt den Ball am GRK-Torhüter vorbei ins Netz. Ja, ist das die nächste kalte Dusche für die Grazer? Wie zuletzt gegen Sturm gleich in der Anfangsphase ein Tor bekommen, dann allerdings sehr gut gespielt und auch jetzt setzen die Grazer sofort nach. Dietrich, Bombenschuss mit dem rechten Bein, trifft die Latte. Dietrich, der mit Vukovic, mit Hartmann und mit Zisser heute die Vierer-Abwehrkette bildet, Klaus Augenthaler hält weiterhin nichts von Mann-Deckung. Es wird im Raum gedeckt. Und gefährlich ist der GRK immer wieder über links, über Anicic. Martin Unger war hier schneller als Herr Fritz Sabitzer. Und auch über rechts, Didi Ramusch, von beiden Flanken möchte man die Lücken finden. Hier findet er Sabitzer ganz allein, guter Schuss, aber doch um einige Meter am Tor vorbei. Herr Fritz Sabitzer, der sich auch sehr viel bewegt, viel rackert, sehr fleißig ist. Aber vorerst noch ohne Erfolg. Hartmann, Schnitzer hier in der GRK-Abwehr, aufgespielt für Kuju. Aber auch der lässt sich hier den Ball abnehmen von Alice Cech, der zwar unauffällig im Mittelfeld spielt, aber immer wieder anspielbar und gute Bassbälle nach vorne bringt. Sabitzer. Bettmann attackiert, Sabitzer bleibt am Ball, gute Flanke, Straffner und das ist der Ausgleich. 29 Minuten gespielt und Gerald Straffner erzielt das erste Meisterschafts-Saisontor für den GRK. Schöne Vorarbeit von Herr Fritz Sabitzer und schön freigelaufen Gerald Straffner. Keine Chance für Martin Unger aus dieser kurzen Distanz. Ja, das ist ein Schussversuch und das ist eigentlich alles, was Edmund Stöhr hier von seinen Offensivleuten in dieser ersten Hälfte nach dem Tor zu sehen bekam. Es spielt ganz klar eine Mannschaft, das ist der GRK, meistens über Cey Anicic und hier weiter auf Radovic. Radovic gegen Bettmoor, setzt sich hier durch, umspielt auch Unger und das Tor ist frei und das ist das 2 zu 1. In der 45. Minute und Radovic freut sich hier über seinen ersten Treffer in der ersten Division. Etwas harter Zweikampf mit Richard Bettmoor. Könnte doch ein Foul gewesen sein, aber der Pfiff des Schiedsrichters bleibt aus, der Treffer zählt. In der folgenden Zeitluppe scheint es aber doch ein Stürmerfoul zu sein, also man hätte hier durchaus abpfeifen müssen. So sehen es auch die Lustenauer. Es gibt heftige Proteste, vor allem von Torhüter Unger, der hier beim Seitenwechsel von Trainer Stöhr beruhigt werden muss. Aber die 4.500 Fans des GRK jubeln natürlich über die 2 zu 1 Pausenführung ihrer Mannschaft. Und sie haben weiter Grund zum Jubeln, denn nach dem Seitenwechsel bleibt der GRK die tonangebende Mannschaft. Herrlicher Kopfball von Sabica, aber auch schön gehalten von Martin Unger. Ramosch jetzt noch etwas offensiver, sehr fleißig, laufstark. Und in diesem Fall eigentlich wie die ganze GRK-Mannschaft eine Klasse stärker als Lustenauer. Jetzt nächste Möglichkeit, Sabica, Straffner, ganz alleine, nimmt sich den Ball herunter. Aber trifft sie ihn dann schlecht und vergibt diese tolle Möglichkeit auf das 3 zu 1. Angriffe eigentlich jetzt nur auf das Tor der Lustenauer. Ganz schnell wird der Ball immer noch vorne gespielt. Trainer Klaus Augenthaler, äußerlich ruhig, aber innerlich sicherlich doch so aufgeregt wie neben ihm hier Manager Peter Svetic. Er möchte endlich als Cheftrainer gewinnen. Sabica! Und das ist das 3 zu 1 nach 53 Minuten. Herr Fritz Sabica trifft seit November 1996 das erste Mal wieder. Nach diesem Freistoß von Dietrich, der abgefälscht wurde, erhöht Herr Fritz Sabica auf 3 zu 1. Jetzt bäumen sich die Vorarlberger nochmals auf. Einige Spielerwechsel bringen kurzfristig frischen Wind. Das ist die einzige Szene, in der Torhüter Franz Alma sich strecken muss bei diesem Schuss von Josef Lukac. Das reagiert auch Klaus Augenthaler. Steht knapp vor seinem ersten Sieg als Cheftrainer. Ramusch hat hier die letzte Möglichkeit des GRK, die die Ramusch verzieht. Aber es bleibt beim 3 zu 1 Sieg des Casino GRK gegen Austria Lustene. Und der GRK feiert verdientermaßen seinen ersten Sieg im Arnold Schwarzenegger Stadion, in dem es bisher in jedem Spiel vier Tore gegeben hat. Also ein klarer Sieg für den GRK beim 100. Bundesligaspiel von Schiedsrichter Finzinger. Trotzdem hat es nachher jede Menge Gesprächsstoffs bei den Interviews gegeben. Natürlich ging es unter anderem um diesen umstrittenen Führungstreffer zum 2 zu 1. Wenn wir die Vorstellung vom Trainer umsetzen können, können wir jeden Gegner schlagen. Und umso mehr freut es mich, dass es mir heute das erste Bundesliga-Tor gelungen ist. Dieses Tor war vorentscheidend, knapp vor der Pause. Es hat aber von der Tribüne aus doch ein bisschen auch noch einen Foul ausgesehen gegen Bad Moor. Ja, es war eigentlich ein Gerangel, wo ich glücklich den Ball noch bekommen habe, einen Tormann umspielt habe und einen Leere Tor geschossen habe. Hauptsache der Ball ist drinnen. Wie, ist es egal. Aber der Schiedsrichter hätte auch abpfeifen können. Hätte er, hätte er. Meiner Meinung nach war das ein klares Foul und das war so knapp vor der Halbzeit sicher eine Knackung in unserem Spiel. Ja, also jeder im Stadion hat gesehen, dass das ein klares Foul war. Nur der Schiedsrichter, der unmittelbar daneben stand, hat es nicht gesehen. Aber gut, damit müssen wir leben. Waren Sie mit der Leistung Ihrer Mannschaft einigermaßen zufrieden? Ja, sicher. Ich glaube, jeder hat gesehen, dass wir eine willige Mannschaft haben. Speziell nach dem 3 zu 1 haben wir eigentlich unser wahres Gesicht gezeigt. Wir haben Fußball gespielt, frech gespielt. Zufrieden bin ich mit dem Ergebnis, aber es war wieder ein Zitter-Sieg. Erste Torschasse oder erste gefährliche Aktion von Luschenauer, aber jetzt sind wir wieder eins von hinten gelegen. Es gibt noch viel zu tun. Und schon sind wir beim nächsten Programmpunkt. Wie versprochen, das Max-Gewinnspiel steht auf dem Programm.